Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal wieder ein schönes Skywars Video, wo ich mal einen richtig kranken Bogenschuss kill und so weiter, bis ich meinen hochladen werde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der ersten Runde. Und zwar, Leute, machen Leute den besten, schönsten, spannendsten Schuss, den ihr jemals in Skywars gesehen habt. Auf der Map Mesa müsst ihr das sein, genau. Und dafür bauen wir uns als erstes mal schön in die Luft, dass wir da oben ein bisschen Freiraum haben und Platz, wo wir dann schön gleich schön runterspringen können und die Leute ordentlich rasieren können. Und da braucht sich der erste zu uns, what the fuck, Alter. Richtiger Tryhard. Der will direkt, der hat ja keine Zeit, der will nicht mal die Schutzphase abwarten, der will ja schon schnitzeln, ne? Aggressiver Bursche auf jeden Fall. Ist er denn noch da? Und da werden wir jetzt hier gleich schön entspannt runterspringen. Was ist das für ein Idiot? Ja, sie kämpfen halt einfach auf meiner Base und ich bin da oben. Ja, das ist Leben, Jungs. Sowas. Sowas gibt es nur hier zu sehen. Und die Base sieht richtig kacke aus, aber ist ja nur halb so schlimm. Jetzt warten wir bis der Kandidat, machen wir noch so, ziehen uns das an, aus Prinzip, walten wir uns und er baut sich rüber. Und jetzt, zack. Ja, oh mein Gott, wir haben ihn. Wir sind wieder oben. Er stirbt, oder? Fresh, Mann, Jungs. 200 Likes. Easy, oder? Oh mein Gott, Leute, wir haben es einfach wirklich geschafft. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das packen, ne? Ich bin der größte Idiot bei sowas, aber easy, meine Freunde. Easy. Und ja, auf jeden Fall danke nochmal an Feedback von den letzten Folgen. Also vor allem an die letzte über 1400 Likes, Mann, für jemanden mit 3000 Abonnenten. Mega geil. Und ich weiß es auch richtig zu schätzen für die Leute, die mir da geholfen haben. Und ich habe Angst, jetzt runterzufliegen. Müssen wir wurde da übel das machen, was ich denke? Ich glaube schon. Ey, ich habe echt mega Angst, jetzt zu sterben. Mann! Who can't say we're the road? Ich bin so ein Idiot, warum habe ich keine Blöcke mehr? Herzlichen Glückwunsch, Laura. Komm, jetzt sind wir gleich oben angekommen und dann gibt es hier bestimmt gleich was zum Snacken. Okay, das reicht von der Höhe her, sage ich mal. Machen wir uns jetzt hier wieder unsere kleine nette Plattform des Glückes, wie ich sie nenne. So, und jetzt auf die drei und dann heißt es warten, geduldig sein, das Opfer analysieren. Aber hier bietet sich noch nichts an, also noch kein Snack. Da müssen wir jetzt hier abwartend reagieren und gucken, wie gehen wir an das Geschehen ran. Langsam oder eher der Aggressive, der einfach nur auf den Kill geht. Ich weiß es auch nicht so ganz, meine Freunde. Wir haben hier einen Schutzhelm, der passt sich da natürlich an. Das ist natürlich eine europäische Weltklasse, wie der Olli jetzt sagen würde. Und mein Gespür sagt, dass das nix wird. Mein Gespür sagt aber auch, dass es nicht so artweit weg ist. Jungs, ich bin weg. Come on. Er ist weg. Was ist das für eine Scheiße? Mann. Ähm, ja, Hashtag Synthahype in die Kommentare. Gib mir den Hype, Jungs. Dann werde ich es auch schaffen. Okay, wir haben jetzt schon sieben Blöcke. Es ist jetzt noch nichts gelbe vom Ei oder sowas. Aber, naja, der muss auch Blöcke abbauen, der Held. Guter Mann. Okay, elf. Nein. Ich weiß es. Lol. Warum haben wir denn da so viele Blöcke und ich sehe das nicht? Ich bin so ein Holzkopf, ne? Es ist unglaublich. Ich raffe nicht, dass wir da so 43 Blöcke haben, Alter. Alter, Moment. Wir machen es einfach so. Wenn ich mit es hoch baue, merke ich mir, dass es da, dass da ein Kopfweb ist, was uns jetzt gleich das Leben retten wird. Natürlich wäre ich mit dem Sprung, wie immer. Easy gepackt haben. Mein Gott, der wird es gleich runterspringen, ne? Der wird es gleich machen. Das wird unser Opfer, der Linke da. Ich call's euch. Ich call's euch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Komm mal, komm mal, komm mal. Das reicht. Das reicht. So, jetzt. Bauen wir hier zwei rüber. Nein, 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 nein. Komm, wir müssen beeilen. Okay, jetzt sind wir bereit. Sind wir gewappnet? Wir sind es. Und jetzt kommt, Leute. Er baut sich. Er baut sich. Meine heilige. Come on, den töten wir jetzt immer noch. Ey. Das ist einfach der größte Lacker-EUW. Hier lag der auch wieder rein. Er hat einen fucking Doppelhit kassiert, Alter. Was ist das? Mit einem scheiß Bogen im Runterfliegen. Der Bahn. Der Wichser. Höh. Der hat die OP verzaubert. Nein. Oh. Oh, shit, Leute. Zwei Leute noch. Das ist unsere Runde. Nein. Nein. Mama. Der lebt noch. Der Schlingel. Wir haben ihn getroffen. Das Ding ist, Freunde, der Typ muss sich halt auch irgendwie so schön so seitlich von uns so bauen, dass wir den schön mit einem Bauhüt runter und treffen können. So wie das letzte Mal, wenn er einfach trotz zwei Bauhütze nach hinten fliegt, auf seine Base zurück. Also ihr wisst, denke ich, was ich meine. Der wird sich jetzt hier passend anbieten, der Typ. Aber Jungs, drückt mich an. Was soll ich machen? Ich. Der es nicht mal schafft, ausgefühlt zwei Blöcken den Typen runter zu klallen. Aber die Hoffnung ist immer noch vorhanden. Also ich ahne Gutes dieses Mal. Also hier auf jeden Fall die Map Village, da gibt es drei Kisten. Das ist um einiges leichter dann eventuell. So Leute, ich habe jetzt mal entschlossen, dazu, dazu entschlossen. Alles klar, ähm, mal ein bisschen hier mittig zu bauen, dass, wenn da jetzt doch ein paar Leute sind, dass die uns vielleicht so ein bisschen sehen und wir haben keine Blöcke mehr. Geil, Mann! Wo seid ihr, Randys? Komm du doch! Alles klar! Wohin du, Kevin? Du. Mit du lo, kauf dir meinen Kompass! Wo ist dieses Timmchen? K.A. Was geht ab, Freunde? Ich bin Timmchen. Ich werde das Ding noch gewinnen, obwohl ich nichts gemacht habe, weil ich einfach Rage quitten werde. Bitte? Ich glaube, Magic Book ist ein richtiger Holzkopf, Mann. Bester Mann ohne Spaß. Nicht du. Magic Book. Okay. Hey, das ist so witzig. Ich habe halt seit einem Chat-Bahn, Mann. Soll ich die sofort... Ach, sieh, ich habe sofort... Äh, sofort schreiben. Aber es geht nicht. Ich habe die Idee. Jungs. Wir machen den hier. Er ist auf einem Turm. Er hat mich gesehen. Danke. Hier, seht meine Lava. Seht meine Lava. Und dauerlich die Terrasse. Das ist ein kompletter Haus, Mann. Ja, es geht weg, es geht weg, es geht weg. Aber so langsam. Geh doch weg. Okay, okay, okay. Es ist an der Zeit. Fuck. Haben wir ihn auch? Wir haben ihn nicht bekommen, oder? Ha, 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 ha. So, Freunde. Das war es um heute. Ich habe es einfach nicht geschafft, richtig das hinzubekommen. Aber ich hoffe, es hat euch das Video so an sich gefallen, wie ich es gemacht habe. Ähm, so mit den Ads und so. Macht's gut. Bis zum nächsten. Wir lassen eine Prost. Wir werden da, wenn es euch gefallen hat. Grüße gehen raus an den Download-Titer und am Magic Book. Er wird sich erstmal über einen schönen Chat-Glock freuen. Macht's gut. Und tschüss.